Hey ho Leute, hier sind wir dann auch schon wieder mit Terra Enigma. Jetzt stehen uns noch vier weitere Türme, bevor hier wieder jeder aufgetaut ist. Ja, wir haben immerhin schon Melina und die Weberin aufgetaut, aber wir machen jetzt ganz dreist hier mit den Türmen weiter. Oh, ich liebe diese Unterwelt, das sieht einfach toll aus. So, dann geht es nämlich direkt hier in diesen Turm. Davon gibt es wie gesagt fünf Stück. So. Der Turm Nummer zwei. Diesmal ohne Face auf der Tür. Einfach so, lässt er uns rein. Ja, ihr seht, der sieht schon ein bisschen anders aus und wir haben immer noch wenig Leben. Naja, egal, das ist halt das Problem jetzt. Oh, da ist Geld getroppt. Geld, Geld, Geld. Ich lasse doch kein Geld liegen, Leute. So, oh nein, die Feuerviecher. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Das ist ein sehr nützlicher Hinweis, wenn man es nicht kennt. Denn hier wird sich das jetzt über Schalter-Rätsel fortbewegen. Ihr seht vielleicht den Unterschied, grünes und rotes Juwel. Ja, und so kann man hier verschiedene Türen dann freischalten. Also, offenlegen, nicht freischalten. So. Und den Kristall nehmen wir natürlich noch mit. Klar, muss sein. Dann haben wir hier sogar, glaube ich, alles kaputt gemacht. Oh, und ich dachte erst, die Seele heilt uns jetzt, aber irgendwie hat sie es diesmal nicht getan. Das war dann wohl nur im ersten Turm. Und da haben wir auch schon einen neuen Gegner und ich bin gerade übelst am Mistbauen. Ha, wir haben den Blick erwidert. Was sagst du jetzt, du Mistvieh? Oh, oh. Äh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn abwerfen. Huah! Und wir haben selbst noch Schaden bekommen. Ist ja klar. So, aber der Kristallspehr heilt uns nach und nach. Und deswegen ist das nicht so schlimm. So, einen Knopf gedrückt. Das ist schon mal gut. Und ich denke immer, wenn ich diese Dinger sehe, als wären das so komische Fratzen, die die Hände nach unten geschlagen haben. Naja. So, da haben wir noch so einen. Möchtegern? Na, komm. So, wunderbar. Und er droppt noch viel Geld. Yay. Oh, ich liebe es, wenn sie Goldbarren fallen lassen. Den Knopf haben wir gedrückt. Also gehen wir wieder runter. Oh, neue Gegner. Stimmt. Da war ja was. So. Wir nehmen natürlich alles an EP mit, was jetzt so in Reichweite ist. Das lohnt sich vor allem für einen späteren Boss. So. Ich habe auch überlegt, ob ich einen Kristallspehr only, die One machen soll. Aber irgendwie traue ich mir das jetzt dann doch nicht mehr so ganz zu. Nach dem Desaster des letzten Parts. Schon wieder eine Seele? Okay. Desaster des letzten Parts, wo ich fast bei dem ersten Turm verreckt bin. Da habe ich dann doch gedacht, hm, vielleicht lässt du es lieber mit dem Kristallspehr only. Aber, ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit, um drüber abzustimmen. Also, ja. Goldene Schalter. Was werden sie auslösen? Tja. Gute Frage. Danke für den Tipp. Ich bin mal gespannt, ob ich es umsetzen kann. So, jetzt haben wir da unten die Tür aufgemacht. Das heißt, wieder zurück. Wieder die Gegner töten. Yay. Ja, komm. So, mit dir reden wir diesmal nicht. Wir haben genug von dir. Oh, oh. Dreck. Ich dachte, sie bewegt sich noch ein Stück vorwärts. So, jetzt aber. So, dann holen wir euch natürlich noch mit. Uh, wieder Geld. Ein paar Taler. So. Und dich. Und noch dir lustig auch noch. Wie sie alle so schön jetzt noch Taler droppen. Ah, wunderbar. Und die Leben sind wieder voll. Yay. Wir schießen jetzt keine Blitze wie Link mit seinem Epic-Schwert. Aber, naja. Äh, Fail? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Ja, klar. Äh, hier hoch, genau. Na, das war jetzt wieder wunderbar. Typisch, äh, ich kenne das Spiel auswendig. Bla, bla, bla. Upsa. Nein, du wirst uns nicht verdingsen. Das kann man übrigens zurückschleudern, wenn man, äh, den da macht. Den normalen Angriff. So. Hier unten war aber auch noch so ein Fuzzi. Ja, komm. Oh, yeah. Immer her mit dem Geld. Wobei es langsam mal Zeit wäre für ein Level-Up, oder? Ich meine, wir haben jetzt schon ganz schön viele Gegner getötet. Wir könnten zwar nachgucken, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann müssen wir jetzt die verschiedenen Schalter drücken und immer die Statuen mit den roten Juwelen finden. Uh, nein, 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 nein. Ah, pfff. Schön rumgerannt und dann, au. Dort getroffen worden. Hey, bleib da. So. Ne, komm schon. Na, elegant ausgeglichen, um in den anderen Feuerball reinzuremmen. So bin ich halt. Oh. Ah, wir haben doch einen Blitzstich gemacht. Mhm. So, Level-Up. Wunderbar. Level 4. KP steigt um 8. Okay. Ist doch nicht wahr. Ich kriege hier nur KP dabei. Äh. Ich will mehr Stärke dabei kriegen. So. Für die reicht das natürlich allemal, aber trotzdem. Äh. So, jetzt haben wir hier in der Mitte wieder einen Gang aufgedingst. Haha. Freigeschaltet. So. Und das hier ist jetzt auch ganz lustig. Denn, wir müssen diese wieder mal roten Kristall-Dingsis verschieben. In eine richtige Richtung, die ich jetzt nicht weiß. Äh. Und wenn wir eine falsche verschieben, dann passiert folgendes. Äh. Moment. In die falsche Richtung. So. Dann spawnen nämlich überall diese lustigen Hobas. Was gar nicht so schlimm ist, denn es gibt ja gut EP und ein bisschen Geld. So. Da hab ich jetzt einmal vorgeführt, was falsch ist. Und dann versuche ich jetzt mal, das zu machen. Was, äh. Geld richtig ist. Ja. Ich glaube, man muss sie nach außen schieben. So. Und wenn man sie halt eben in die falsche Richtung schiebt, passiert das. Hä? Komm schon. Na los. Böser Huber. Ah. Wie sie alle Geld... Äh. 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 Wie sie alle Geld woppen, ne? Ja. Kann. Ah. Immer hier damit. Ja. Ja. Das bringt jetzt nichts mehr, wenn wir den verschieben. Denn der andere ist, äh, falsch verschoben worden. Ja. Genau. Also müssen wir den Raum noch einmal resetten. Ähm. So. Wunderbar. Alles gut. So, wo haben wir's? Hier. Nummero Uno. Und... Zack. Und das typische Türöffnungsgeräusch in diesem Spiel führt uns an die Spitze, wo der Wächter wartet. Doch so einfach macht er es uns nicht, denn wir müssen diesen Schalter aktivieren. Aber wie? Tja. Da muss man halt eben einen Topf nehmen und einfach ganz bereist drauf werfen. Herzlichen Glückwunsch. So soll es sein. Tritt ein. So soll es sein. Ja. So soll es sein. So soll es sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Südamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Ein Vieh, das kann man nur mit dem Funkenflug, aber am besten mit dem Bray-Angriff, mit diesem hier, äh, vernichten. Äh, komm her. Ach, komm schon. Äh, ich will nicht in dich reinrennen, wie vorher. Ach, dann so. Okay. Äh, das ist aber knapp. Ah! So. Ah, ich könnte wieder ein Level-Abfahrt tragen. Wie wär's, Hubba? Freundchen? Na dann. Ah, jetzt kommen wieder die Freunde. Ja, gehst du weg. Wieder die Freunde. Ich sollte nicht so gierig sein mit den Huh! Hui, das war knapp. Nein! Ich hab den Angriff nicht rausbekommen. Wir sind wieder auf 13 HP. Das sollte ein kleiner Puffer sein. Ah, da ist er ja. Ja, komm mal, mach. Huah, so, und sehr schön. So, den holen wir auch gleich mit. Uh, den haben wir mit einem umgehauen, sehr schön. Na, wie jetzt gar kein Geld mehr gefallen gelassen wird, schade. Naja. Gehen wir mal durch diese seltsame Tür in den nächsten Raum. Nein, da ist wieder so ein, nein! So ein Magier. So, was haben wir denn? Uh, da ist natürlich noch einer. Nein, nein, nein! Nein! Friss eine Kartoffel! Nein! Hör auf mich zu lähmen! Du Dreck-Sau. Na! Komm her! So. Da, dauerhaft hier gelähmt. Uh! Ja, ich kann sowas. Das war sehr knapp, aber ich kann's. Rick erhellte Traumsiegel. Oh, das Traumsiegel. Das ist sehr... Äh. Falscher Knopf. Naja. Egal. Das Traumsiegel. Möchtest du das anwählen? Nein, eigentlich wollte ich mir das angucken. Das war der falsche Knopf. Ähm. Äh. Nein, ich wollte mir doch Infos geben lassen. Blockiert den Schlafzauber. Das heißt, das blockiert das Ding, was diese Caster hier auf uns machen, wo wir dann gelähmt sind, wenn ich das richtig... Verdammt! Wieder falsch gemacht. Äh. Äh. Wo wir dann gelähmt werden, glaub ich. Boah, ich will's aber heute auch wissen, glaub ich. Hä? So. Mann, 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 Mann. Ich leg's aber auch drauf... Aua, 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 aua. ... drauf an. Na, ich war schon mal besser in dem Spiel. Ich merke grad, ich hab's zu lange nicht mehr gespielt. Ach, jetzt ist da auch noch eins. So. Geht doch hier. Das ist schon mehr. Das, was ich erreichen möchte. Ja. So, da haben wir... Äh, noch so ein Feuer fritzen. Uh, Level Up. Äh. Äh. Ach, das ist doch nicht wahr. Ich hab aber auch echt unschöne Level Ups bisher. Immer nur plus eins, außer beim ersten Level Up, glaub ich. Naja. Äh, nicht runterspringen. Kristall einsacken. So. Haben wir hier noch was? Nein. So. Und dann geht's jetzt hier an die Action. Einfach mal zwei Schalter drücken. Und dann kommt eine kleine Ladung Hubbers. Au, Mist. Jetzt wollte ich die so schön von links nach rechts umsäbeln. Äh, äh, säbeln? Äh, weiß ich nicht mehr. Umnieten. So. So. Und dann das. So bestehe diese Prüfung. Äh, 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 äh. Das ist reines Pokern hier. Das ist reines Pokern hier. Aber naja. Hier kann man theoretisch gut Erfahrung farmen. Hä, äh, 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 äh. So, dann komm her. Wah, ah, der war scheinbar richtig. Und der wieder. Yay. So soll es sein. Tritt ein. Yay. Ich hab mich mal in dem Bosskampf ewig und drei Tage aufgehalten, weil ich immer den Falschen getroffen hab. Ich hab mich mal in dem Bosskampf. 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 Ist klar. Oh, und den haben wir direkt weg genutzt. Du drehst dich nicht rechtzeitig um, mein Freund. Und 44 Taler. Immerhin. Ah, jetzt haben wir schon 601 Taler. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das schon viel oder wenig ist. Ich denke mal, das ist durchschnittlich. Ah, ja. Wie gut, dass ich die Playlistbewertung gemacht hab. Sonst wäre ich wahrscheinlich... Hätte ich das vielleicht noch länger rausgezögert. Hm, so. Da erscheint doch bestimmt, ne? So. Irgendwo ist aber noch einer. Oder nochmal der. Hm, dieser Drecksack. Ein bisschen Feuer löschen. Wir sind arg, der Feuerwehrmann. Und wir... Nehmen! Boah, das war knapp. Verdammt. Das falsche Seil. Hüpf. So, ja. Das können wir aber auch nur, weil wir den tollen Speer haben. Können wir eigentlich auf dem Seil springen? Ja, ich will es jetzt nicht testen. Ich will nicht wieder runter in den Raum fallen. So. Yeah. Ah, den kriegen wir noch. Ha. Oh nein. Komm schon. Nein. Ja? Nichts geschieht. Haha. Ja. Nein. Ah. Wir kriegen aber auch echt nur Leben dabei. Kann das sein? Oh, eine Wunderknolle. Das Ding heilt 70 HP. Und ein Vital-Elixier. Das erhöht unser Leben. Äh, wo ging das nochmal? Das anschauen? Ah, da. Erhöht die KP. Und das Ding heilt 70 Kraftpunkte. Ja, komm her, du lecker Flasche. Yay. Sehr schöne Sache. Jetzt haben wir noch mehr HP. Aber in meinem Spielstil können wir das auch brauchen. So, haben wir jetzt hier in der Mitte noch was? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Na dann. Widmen wir uns diesem Punkt, an den ich mich jetzt gar nicht, gar nicht erinnern kann. Okay. Okay, das ist dann eine weitere Ebene und nicht eine Fail-Ebene in dem Sinne. So, weg mit dir, blöder Magier. Na, die Schattenmagier sind schon nicht ohne. Wenn die einen die ganze Zeit festhalten und bewegungsunfähig machen. Na, haben wir hier noch... Eine Seele. Dein Mut wird auf die Probe gestellt. Bewähre dich. Okay. Random Seele, die vorher ein Monster war, das versucht hat uns zu töten. So. Hier haben wir wieder zwei... Ebenen. Moment, sind wir am Anfang? Oh. Wir sind am Anfang. Okay. Naja, dann können wir wenigstens mal über dieses Seil gehen, wo wir vorher abgestürzt sind. Okay. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo sind wir reingesprungen? Nein, du sollst den Sprungangriff machen. Och, Menno. So. Ah, die kriegen wir aber. So. Sind wir links unten reingesprungen? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind oben links rein, ne? Na, dann fangen wir jetzt mal mit unten rechts an, so. Nicht, dass ich noch ein Kristall oder sowas vergesse. Zack. Ah, ja. Die Zeit, wo die guten alten Helden noch keinen Fallschaden bekommen haben. Ich meine, in Seagull of Mana reist man ja auch mit Kanonen. Quer über das ganze Land schlägt ein und nicht mal Kopfschmerzen sind da Begleiterscheinungen. Oh, ist schon creepy, wie die Statuen einen angrinsen. Ey. Mistvieh. So. Oh, hier könnten wir uns jetzt fallen lassen. Das machen wir aber noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das machen müssen. Nein. So. Au. Das war ein Fail-Blitzstich. Kein Geld. Okay. So. Und hier ist etwas ganz wichtiges. Der Kristallfaden. frä ventoo. So. •